Ich begrüße Sie zum Programm des Oder-Spree-Fernsehens. Ja, schauen Sie sich das an. So schön ist unsere Region hier in Ostbrandenburg. Frankfurt Oder, Eisenhüttenstadt, Besko, Fürstenwalde, Erkner, überall ist es wirklich schön. Und ja, da freut man sich doch, sowas zu sehen. Und ob man das genießen kann in den kommenden Tagen bei der Hitze, da ist man lieber im Schatten. Aber wie es in den kommenden Tagen wird, da haben wir natürlich auch die passenden Informationen im Wetterbericht am Ende der Nachrichten.